300 Tage hohe Temperaturen, 365 Tage niedrige Steuern. Ist das auch vielleicht dein Traum? Was wäre, wenn dieser Traum schon bald zu deiner persönlichen Realität werden kann? Woher ich das weiß? Ich bin Morat Yilanli. Gemeinsam mit meiner Frau Tina sind wir 2021 von Deutschland nach Nordzypern ausgewandert. Ich war vielleicht wie du. Ich war Sklave des Systems. Mehr noch, ich war sogar Sklaventreiber für dieses System. Doch irgendwann war ich damit aber nicht mehr im Reinen mit mir. Und dann waren wir beide reif für die Insel. Wir waren auf der Suche nach unserer persönlichen Freiheit und nach einem selbstbestimmten und autarken Leben. Auf dieser Suche fanden wir Nordzypern. Nordzypern ist nicht nur einfach eine Insel im Mittelmeer. Nordzypern ist ein Versprechen. Ein Versprechen auf ein freies und selbstbestimmtes Leben. Hier leben wir von frischem Quellwasser direkt aus unserem eigenen Brunnen. Unsere Energie beziehen wir von der Sonne. Unser Internet erhalten wir von Satelliten aus dem Weltall. Unsere Steuern sind gering und mit ein paar wichtigen Informationen sogar völlig legal noch viel, viel weniger als das. Das interessiert dich? Also, wenn du eine Auswanderung planst oder erste Schritte in diese Richtung erwägst, dann sollten wir uns unterhalten. Wir sind erfolgreiche Auswanderer auf Nordzypern. Mit meiner Frau, Tina, haben wir gemeinsam die Firma Sunrise Limited hier auf Nordzypern ins Leben gerufen. Von Auswanderern für Auswanderer. Von Unternehmer an Unternehmer. Von Netzwerker für Netzwerker. Ich kenne alle Auf und Abs einer Auswanderung, denn wir haben alles selber erfolgreich durchgestanden. Wir beschönigen nichts, sondern bieten dir mit unseren Erfahrungen solide Fakten und detailreich und individuell aufgearbeitet für dich an. Damit auch deine Auswanderung zu deiner persönlichen Erfolgsstory und zum Gamechanger in deinem Leben werden kann. Also, was du schon immer wissen wolltest, wie zum Beispiel den korrekten und rechtssicheren Immobilienerwerb oder deren Finanzierungsmöglichkeiten hier auf der Insel. Oder vielleicht deinen vollständigen Migrationsprozess inklusive Führerscheinprüfung, der seit kurzem hier gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir zeigen dir, wie du deinen Umzug von Deutschland schnell und einfach und sicher hierher nach Nordzypern mit uns erledigen kannst. Wir klären dich auf, wie du hier günstig, solide, krankenversichert werden kannst. Oder wie du Autos, Möbel, Solartechnik, Klimatechnik, Küchengeräte sicher, akkurat und günstig über uns erwerben kannst. Und natürlich, wie du hier national oder international gewerblich tätig werden kannst. Alles, kurzum alles, was zu den erfolgreichen Auswanderungen dazugehört. Und keine Sorge, wir sind frei von der EU, frei von der EZB, der NATO, der GEZ, der FIFA, dem DFB oder jeglichen anderen Karnevalsverein. Also, wenn du dir überlegst, dich aus dem Hamsterrad zu befreien, dann solltest du jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs mit mir oder meinem Team nutzen. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen, um mit dir eine weitere gemeinsame Auswanderer-Erfolgsgeschichte zu schreiben. Also, trag dich jetzt ein für ein kostenloses Erstgespräch. Ich bin Murat. Wir sind Sunrise. Wir sind Nordzypern. Peace.